Servus, was geht? Ich bin euer Alpha World Gaming mit einem neuen Planvideo am Start. Call of Duty, Warzone, Hashtag 20 um 19 bis 22 Uhr, heute Abend. Donnerstag, FIFA 20 Ultimate Team, Hashtag 87, Rewards von 10 bis 12 Uhr. Freitag, Deponia geht wieder in die siebte Runde und um 10 Uhr geht's los. Bis 12 Uhr und abends ist noch ungenau die Uhrzeit, wann die Wiegen-League beginnt. Ultimate Team, Hashtag 88, Uhrzeit ungenau. Samstag, FIFA 20 Ultimate Team, Hashtag 89 von 22 Uhr. Sonntag, FIFA 20 Ultimate Team, Hashtag 90, Endspurt ab 19 Uhr. So, also das war, das ist der Plan für diese Woche noch. Also wir sehen uns dann heute Abend bei Call of Duty, Warzone. Bis dann, hau dir jene, euer Alpha World Gaming. Ciao. So.